Diese Audi S3 steht hier zum Verkauf. Der weiße Kombi ist dreitürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 190.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2009. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 265 PS an einen Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF, 2020